Es ist ein echtes Privileg Fotograf zu sein, andere Menschen mitzunehmen in Themen, die einem selbst wertvoll und wichtig sind. Freie Arbeiten sind immer wieder erkenntnisreiche persönliche Entwicklungsschritte. Sie erweitern Horizonte, bieten viele weitere Möglichkeiten und machen extrem viel Spaß. Für mein freies Projekt über die Situation der professionellen Taxifahrer und den Einfluss von distributiven Geschäftsmodellen fotografierte ich in London, New York und Tokio. Vielen Dank an dieser Stelle an Leica für die super Unterstützung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017